Wir sehen den Löwenmensch aus dem Hohenstein Stadel in Baden-Württemberg, eines der weltweit wichtigsten Objekte zur eiszeitlichen, figürlichen Kunst. Wir sehen hier eine aus einem Elfenbein-Zahn geschnittenen Figur. Und das Spezielle daran ist, dass die Abstraktionen von einem Mischwesen sich darstellen. Wir haben einmal den Menschen, den menschlichen Körper, und auf dem Körper sitzt der Kopf eines Löwen. Die Figur ist nicht im Original hier zu sehen. Das wäre aus konservatorischen Gründen eine echte Herausforderung gewesen. Zudem möchte Baden-Württemberg die Schwäbische Alb als Weltkulturerbe eintragen lassen. Und diese Figur ist das Leitmotiv für dieses Projekt.